Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt's ein Rap. Zwei Menschen begegnen sich in Corona-Zeiten und erkennen sich nicht. Der eine sagt, wer bist du? Der andere sagt, ich bin es. Die erste Person beginnt immer mit der gleichen Frage. Hey, wer bist du? Und dann wird das weitergeführt. Mann, ich sehe nicht dein Gesicht. Und die Person fragt noch einmal. Hey, wer bist du? Machst du Faxen oder nicht? Und ein drittes Mal erklingt die Frage. Hey, wer bist du? Schau mich an und sag ein Wort. Und weil das an einen Rap angelehnt ist, haben wir auch so ein bisschen Rap- und Hip-Hop-artige Bewegungen. Bei dem Hey, wer bist du? kommt immer Hey, wer bist du? Und dann kommt beim ersten Mann, ich sehe nicht dein Gesicht. Rechte Hand vors Gesicht, linke Hand vors Gesicht. Dann kommt wieder Hey, wer bist du? Und jetzt kommt Machst du Faxen oder nicht? Und da kann sich jeder von euch auch eine eigene Faxe überlegen. Und dann sind wir wieder bei Hey, wer bist du? Und jetzt kommt's. Schau mich an, rechte Hand und sag ein Wort, linke Hand zum Auge. Und jetzt machen wir das mal mit Musik. Eins, zwei, eins. Hey, wer bist du? Mann, ich sehe nicht dein Gesicht. Hey, wer bist du? Machst du Faxen oder nicht? Hey, wer bist du? Schau mich an und sag ein Wort. Und jetzt kommen wir zur letzten Zeile dieses ersten Teils. Da lautet der Text, deine Stimme kenne ich immer und sofort. Und Bernd zeigt euch jetzt die Bewegungen, die dazugehören. Die Bewegungen wäre, die rechte Hand stellt die Stimme dar. Deine Stimme kenne ich. Und jetzt bei immer geht der rechte Fuß nach vorne. Immer. Und bei sofort und sofort kommt der linke Fuß ran. Und die Arme gehen nach unten. Und das könnten wir jetzt eigentlich mal alles zusammen von vorne machen. Eins, zwei, eins. Hey, wer bist du? Mann, ich sehe nicht dein Gesicht. Hey, wer bist du? Machst du Faxen oder nicht? Hey, wer bist du? Schau mich an und sag ein Wort. Deine Stimme kenne ich immer und sofort. Luisa hat euch ja am Anfang erklärt, dass es eine Begegnung zweier Menschen ist. Und jetzt erfolgt die Antwort. Und die lautet ganz klar, ich bin's. Und dann sagt der Sprecher, mach die Ohren auf. Und er sagt nochmal, ich bin's. Und dann sagt er dazu, lass die Maske drauf. Und ein drittes Mal kommt, ich bin's. Und was jetzt kommt, ist der ganze Schluss des ersten Teils, den wir eben schon gemacht haben. Schau mich an und sag ein Wort. Deine Stimme kenne ich immer und sofort. Das kennt ihr alle schon. Und wie in der ersten Strophe haben wir auch jetzt rapähnliche Bewegungen. Bei dem ich bin's. Einmal ausholen mit den Daumen. Ich bin's. Dann dreimal mit rechts aufstampfen. Eins, zwei, drei. Und jetzt kommt's, mach die Ohren auf, aber wir halten uns die Ohren zu. Mach die Ohren auf. Dann kommt wieder, ich bin's. Und dreimal aufstampfen. Und jetzt rechte Hand zuerst, lass die Maske drauf. Dann kommt zum dritten Mal, ich bin's. Und jetzt wiederholt sich das, was wir alle schon aus der ersten Strophe kennen, nämlich schau mich an und sag ein Wort. Deine Stimme, das ist wieder die rechte Hand, die die Stimme darstellt. Und dann geht's bei immer nach vorne mit dem rechten Fuß und bei sofort schließen mit dem linken Fuß. Wir machen jetzt den ganzen zweiten Teil mit Musik. Eins, zwei, eins, zwei. Ich bin's. Mach die Ohren auf. Ich bin's. Lass die Maske drauf. Ich bin's. Schau mich an und sag ein Wort. Deine Stimme kenn ich immer und sofort. Es fehlt jetzt noch eine ganz kleine Verbindung zwischen der ersten und der zweiten Strophe. Wir sind ja bei immer und sofort nach vorne gegangen. Jetzt kommen drei kleine Schritte und das ist nur rechts, links, rechts. Und dann sind wir in der zweiten Strophe bei dem Ich bin's. Damit hätten wir jetzt alle Bewegungen und den ganzen Rap zusammen und könnten eigentlich mal alles von vorne machen mit Musik. Eins, zwei, eins. Hey, wer bist du? Mann, ich seh nicht dein Gesicht. Hey, wer bist du? Machst du Faxen oder nicht? Hey, wer bist du? Schau mich an und sag ein Wort. Deine Stimme kenn ich immer und sofort. Und jetzt das Ganze auch nochmal mit Maske. Eins, zwei, eins. Hey, wer bist du? Hey, wer bist du? Mann, ich seh nicht dein Gesicht. Hey, wer bist du? Machst du Faxen oder nicht? Hey, wer bist du? Schau mich an und sag ein Wort. Schau mich an und sag ein Wort. Deine Stimme kenn ich immer und sofort. Ich bin's. Mach die Ohren auf. Ich bin's. Lass die Maske drauf. Ich bin's. Schau mich an und sag ein Wort. Deine Stimme kenn ich immer und sofort. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.